Ja, natürlich verloren. Kannst du dich immer zuletzt an einen Sieg erinnern? Da war wohl einer gewinnt, ich hatte eh mit dem Motor gemacht. Ich hätte sonst aber keinen Sieg. Einen Sieg mit einer Moral vielleicht, genau. Wir sind heute hier, wo Özil und so mitgespielt haben. So, jetzt trinke ich Öl ins, laufen wir auf meine Position, ich bin doch eigentlich außer, warum darf ich in der Mitte rum? Ja, nö, du bist da oben, du bist der Rote. Ach nee, ist der Dach, ja. Oh, klick, ich bin der Rote. Ja, oh. Ja, oh. Oh, schöner Schuss. Ich bin der Rote, ich habe blaue gespielt dabei. Ich hätte schon gedacht, geil, was war ich denn für eine geile Pass? Pascal, das musst du dir nur anhören, ja? Du hast dich anhört gerade wie ein Sycho. Aber wirklich, ey. Wolltest spiel ich mit der Gerde passen, ey. Fühl mir vom Keller zu. Erinnert mich, erinnert mich so ein bisschen an, äh, 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 schweigende Lämmer. Oh, ich würde, ich wünsche, könnte ich mich selbst lieben. Naja, aber leider. Wie, wie ich dafür schon sage, man sieht eigentlich erst ein Abseits und trotzdem drückt man die Wings noch. Mhm. Naja, weil man immer denken, kann ja auch mal sein, dass er vielleicht nicht aufhüllt. Aber ist leider nicht wie in der realen Welt. Ja, dieser El Cremavero, ja, ja, den hatten wir für diese Döde. Das sind wahrscheinlich auch Zalando-Mitarbeiter. Ich finde, die sind ein bisschen gleich aus dem Hader. Nein, 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 nein. Boah, die spielen aber rein! Der ist da durch die Beine durchgehende, der andere kommt dran. Ey, das... Da kannst du auch nicht nutzen, das sind Arbeitslosen. Wer so viel Zeit hat, das Spiel so zu perfektionieren. Wie schnell der hoch ist. Ja, weil die schon wahrscheinlich 90er Tempo hochgeskillt haben. Ja. 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 Das war gut. Das war gut, das war das Einzelrichtung. Mann, die haben aber auch ein Schein, ey. es war auch dieser spaß das war wohl zwei tore geschossen hatte 32 hat mal in die nur verloren details wir können es auch wieder schaffen jetzt sind so gerade erst richtig wach geworden hat ja als vier frühstücke frühstücken jetzt erst mal richtig jetzt sagen die nene wir haben nicht als wir wir haben jetzt ferien das sind doch die die der mit diesen blöden hacken würde teuschen haben wir doch gerade schon festgestellt an der guten morgen ja komm schießen 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 nicht passen ich habe beschossen ich weiß aber das war wie ein rückpass das ding du bist jetzt noch blau darauf muss ich mich jetzt auch erstmal einstellen wenn ich hier bevor zu lassen ich habe sonst noch diesen blauen da bevor es tut aber jetzt hat das ein ende jetzt muss ich mich auf rot umstellt ich könnte kotzen ich bin auf lm schlechtes ständigen spieler ich habe jetzt bewertung ist scheißegal ich schieße die tore dann gleich wird der flanke dauern flanke 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 ja ja ich habe doch gedrückt ja du bist ein arsch nein das wurde diskriminiert gegenüber affen das war auch tierunrechte der scheiß controller der reagiert jetzt verarschen sie uns spielt nicht mit die frage und so sagen wir genau das ist wirklich deine erste rote ich will nicht mehr wieder absteigen mann als meister absteigen das ist gar nicht ja das ist halt so ich bin verarschen du kannst du deine mutter verarschen Guck doch mal, wieso wir uns verarschen. Auf sowas habe ich dann auch keinen Bock. Echt, ganz ehrlich. Den dann immer so in die Karten zu spüren. Guck doch mal an, jetzt sind alles 14-Jährige. Das sah doch auch schon aus wie 14. Trotzdem können wir das Spiel besser als wir. Ja. Weiße, statt zur Schule zu gehen, den ganzen Tag vor FIFA hocken. Deswegen sind sie nur alle so blöd und dumm. Nee, die haben Ferien. Nee, noch nicht. Ferien am Arsch, ey. Wenn ich den ihr Elternteil wäre, ich würde dir schon lange die Sicherung rausdrehen und die Uhrzeit hier noch zu zocken, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt wollen wir mal sein. Ja, wir haben also auch fast geheult. Hm, das ist doch bei neu, oder? Ja, geht gar nicht so bei. So, mal sehen, wer die erste rote Karte kriegt. Der ist der Held des Tages. Hm. Super, schwacher Zweikampf. Ja. Ey, bei mir drin noch die Bell auf Leana. So, jetzt reißt euch mal zusammen hier. Und kämpft hier ein bisschen für das Vater. Na, wie alt sind wir denn nie? Ich nehme uns ja gar nicht für voll. Guck mal, aber die da spielen. Lalalala. Fähne Flanke. Ah, wer ist was? Der spielt, der spielt in der Kommentar. Alle. Das ist schön für ihn, das Vater. Ja. Deswegen. Möchte gern. Ja, wüsste ihn aber auch nicht. Ja, das ist ja das und der hat sich überfliegt. Die sind ja angeblich alle so schnell, dass du noch nicht mal zum Foulen kommst. Jetzt kann mir mal jeder zeigen, dass der im realen Leben so schnell Fußballer gespielt wird. So schnell wie die sich da hin und her zackig bewegen. Hin und her passen. Und Flanke. Hm. Oh, kacke. Deine. Das war es für die Kunde. Oh, ja. Oh, ja, das war es für mich. Das war es für mich. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. Oh, ja. Oh, ja. aber kein nix, morgens war ich nach das stimmt oh ja oh die hat was muss sie rennen oh ich bin fauler kennst du noch das ganz alte FIFA, wo du vor dem Schiedsrichter wegrennen konntest? ja das war noch Zeit das war das allererste FIFA da konntest du stundenlang vor dem Schiedsrichter wegrennen ne das wäre jetzt noch die, wo du halt den Dormann faule konntest ja das war wirklich das erste FIFA, wo du noch so von der Vogelperspektive quasi gesehen hast und dann hat er gepfiffen da hieß es noch FIFA International Soccer das war das allererste hier unten ja ja und konntest du immer vom Schiedsrichter wegrennen der ist wie hinter der Haierrande um dir die gelbe Farte zeigen zu können das war witzig ja ich war die verarschungser irgendein blauer steht da einfach vorne und reagiert nicht, besteht die ganze Zeit abseits kann ich nur der Detlef sein stimmt ja auch nicht, da bin ich doch ja 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 das war schon das sind immer diese eher unehelichen Söhne aber du kannst ja nicht mal faulen wenn der nicht am Ball ist ja ja da kommen sie war leider nur eine schöne Idee Mann 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 Also so schnell bin ich dann doch gut da du musst deinen sieben Meilen Schuh wieder anziehen ja lass runter laufen lass runter laufen Pascal was wollt ihr denn noch, du Idiot du hast Idiot gesagt Ja Wann ist ja deswegen gesperrt hier ach das ist doch Ich schieße dir selber ein Tor, naja, lass es spielen Ich bin rausgegangen aus dem Spiel, wenn ihr auch rausgeht, habt ihr das Spiel abgebrochen Nein, brauchst du da drücken und verlassen Das kann ich dir nicht, lass mich dahin verarschen von so einem Kinderrader Das wäre der Moment, wo ich irgendjemanden davon anschreiben würde und ihn auch sterben zu beleidigen würde Ich will dich